Hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video in der Zweirad-Ecke und auch zu einem neuen Video in Tobis Hardware-Ecke. Heute mal auf beiden Kanälen ein und dasselbe Video. Ich denke, das passt auf beide Seiten. Und zwar testen wir heute die DJI Osmo Action 2. Es ist schon eine etwas ältere Kamera, aber für mich kam nur die in Frage. Es gibt ja nochmal ein paar Konkurrenzmodelle. Ich habe mir bei dir ausgesucht, weil sie sich für mich besser eignet. Vor allem, wenn ich mit dem Motorrad fahre, unten am Helm nimmt sie nicht so viel Platz weg, hat ein Display, was auch ein Vorteil ist, bietet die Konkurrenz so auch nicht. Und ich würde sagen, ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen des Videos. Und jetzt kommen wir direkt zur Kamera. Werfen wir einen Blick auf die Kamera plus das zusätzliche Modul mit Display und Akku. Und das ist das Modul, was ihr unten quasi dran stecken könnt. Ihr seht schon, hier haben wir ein Display drin. Und wenn ich das jetzt anmachen will ohne Kamera, dann sagt er, hey, da oben fehlt das Kameramodul. Dann haben wir die Kamera selbst. Und bei der Kamera ist es so, ihr könnt die auch verwenden, ohne das hier einzusetzen. Das Problem dabei ist, ich zeige es euch einmal, dass wir dann natürlich nicht so viel Akkukapazität haben und der Speicherplatz knapper ist. Hier könnt ihr das Ganze einstellen, das zeige ich euch aber gleich nochmal. Hier seht ihr dann nochmal Videomaterial, was ich schon erstellt habe. Seht ihr nachher aber auch nochmal einen Teil von. Dann können wir hier nochmal in die Settings gehen. Das Sichtfeld könnte man ändern. Und dann, ich suche es gerade, habt ihr hier nochmal einen Speicherplatz. Und ihr seht schon, der interne Speicherplatz ist ziemlich belegt. Und den verwende ich jetzt hauptsächlich eigentlich nicht, sondern die SD-Karte. Aber die SD-Karte ist hier drin. Also hier unten. Hier seht ihr es. Und wenn ihr nur die Kamera benutzt, dann habt ihr nur 22 Gigabyte. Dafür ist der Speicher ein bisschen schneller und kann gegebenenfalls länger aufnehmen, als das bei dem ist. Zumindest so lange die Speicherkapazität hier hält. Bevor ich euch jetzt die Settings zeige, die damit möglich sind. Man kann das Ganze dann hier so aneinander anschließen. Und dann seht ihr auch schon, hey, Akkustand des Moduls ist etwas niedriger. Also das könnte man jetzt natürlich aufladen. Und da muss man auch dazu sagen, so wie ihr es hier geliefert bekommt, könnt ihr den oberen Teil nur hier über den USB-Typ-C-Anschluss laden. Ist aber egal, weil ihr ladet das hier unten auf und der lädt oben das, wie man sehen kann. Also oben, das Kameramodul ist voll. Und dann habt ihr auch die Funktionalität, dass ihr hier auf die Speicherkarte zugreifen könnt. Und was auch cool ist, ihr seht schon, hier kann man jetzt auch sich selbst sehen, falls ihr das denn machen möchtet. Und das erstmal dazu. Was übrigens auch noch interessant ist, falls ihr ein Mikro noch anschließen möchtet, habt ihr die Möglichkeit dazu. Und zwar habt ihr hier einen Typ-C-Anschluss und da könnt ihr auch ein Mikro anschließen. Habe ich schon alles getestet, funktioniert auch. Dann noch was, was mir zumindest mitgeliefert wurde. Ist hier so eine Schutzhülle, da könnt ihr dann die Kamera reinmachen und ihr seht schon, es fällt eigentlich gar nicht auf, dass da eine Hülle drumherum ist. Die Hülle ist aus Kunststoff und dann habt ihr nochmal eine Hülle für unten. Die könnt ihr dann auch hier unten dran machen, beziehungsweise das Ganze hier reinschieben. Jetzt habe ich so viel von Speicher geredet, dass die Kamera ausgegangen ist und der Speicher voll war. Ich habe sie jetzt leer gemacht und jetzt zeige ich euch nochmal, wie das mit der unteren Hülle aussieht. Also ihr müsst das im Prinzip hier ein bisschen so nach außen biegen und dann könnt ihr das Modul auch reinmachen. Und das Coole ist, mit dieser Hülle habt ihr dann auch die Möglichkeit, dass ihr das Ganze verbinden könnt. Aber ich habe natürlich auch noch eine andere Hülle, beziehungsweise andere Hüllen. Die sind gummiert, das heißt, selbst wenn das Ganze hinfällt, schützt es auch noch von Vibrationen. Dementsprechend benutze ich die. Habt auch keine Probleme bisher gehabt mit Temperaturen. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen, ist auch nicht so teuer. Wenn ihr es möchtet, verlinke ich das unten nochmal. Dann kommen wir zur Kamera selbst, beziehungsweise zum Kameramodul. Ich stecke aber unten mal das Ganze an, damit ich auch euch dann so ein bisschen was zeigen kann. Und hier seht ihr nochmal, dass ihr auch erkennt, die magnetische Schutzhülle ist aktiviert. Und ja, eine kleine Warnung steht auch noch dabei. Dann gucken wir mal die ganzen Möglichkeiten durch. Eins vorweg, ich werde euch nicht alles zeigen, was möglich ist. Zum Beispiel 4K, 4 zu 3 lasse ich weg, gehen auch nur maximal 60 FPS bis runter auf 24. Bei 4K 16 zu 9 habt ihr die Möglichkeit, bis zu 120 FPS hochzugehen. Und was man natürlich auch machen kann und was sich hier auch ändert, ihr seht schon die Stabilisierung. Ihr seht, Ryzen Balancing ist jetzt an. Das heißt, er balanciert im Prinzip das aus, wenn ihr in die Kurven fahrt. Und er zeigt es dann gerade an, werdet ihr aber nachher in den Aufnahmen nochmal sehen. Dann könnt ihr noch wählen Rocksteady, Steady und Off. Zeige ich euch aber dann, wie gesagt, nachher auch nochmal. Und die Möglichkeit haben wir bei 120 FPS nicht mehr. Ihr seht schon, dann geht da nur noch Rocksteady. Dann haben wir bei 2,7K, 4 zu 3, auch nur 60 FPS, aber werde ich auch nicht euch zeigen. Dann, was ziemlich cool ist, bei 120 FPS, bei 2,7K, ist es so, dass wir dann ein bisschen an Speicherbandbreite einsparen. Allerdings könnt ihr dann auch nur Rocksteady. Meine bevorzugte Einstellung ist 2,7K, 60 FPS. Denn dann können wir auch Ryzen Steady nehmen, nicht nur Ryzen Balancing. Und dann geht das natürlich runter. Bei 1080p könnt ihr dann bis zu 240 FPS, aber dann habt ihr wieder nur Rocksteady und so weiter und so fort. Erst bei 60 FPS habt ihr dann hier wieder die Möglichkeit, das Ganze auf Ryzen Steady zu stellen. Und Ryzen Balancing ist da natürlich auch drin. Und dann habt ihr nochmal 1080p Energiesparmodus. Da werde ich euch auch mal zeigen, wie die Bildqualität dann aussieht. Ansonsten, wir können nochmal kurz durchgucken, vielleicht habe ich ja was vergessen. Gut, Sichtfeld könnt ihr einstellen. Lassen wir hier aber mal außen vor, weil sich das Sichtfeld auch selbst einstellt, wenn wir hier die verschiedenen Stabilisierungsmethoden auswählen. Und dann gehen wir mal hier rein. Hier könnt ihr dann nochmal Vibrationsanzeige, Snapshot, Funkverbindung. Also ihr könnt das Ganze auch mit dem Handy koppeln, beziehungsweise es wird vorausgesetzt für die Registrierung. Ihr könnt auch Rasterlinien einstellen. Habe ich jetzt aber noch nicht getestet. Flimmern und so weiter. Dann Display könnt ihr sperren hier. Vollbild ein und aus. Dann Speicher euch anschauen. Das habe ich euch ja eben schon gezeigt. Formatieren könnt ihr dann auch. Und hier habt ihr nochmal den Pro-Modus ein. Da können wir dann nochmal raus. Beim Pro-Modus könnt ihr dann nochmal die Belichtung selbst einstellen. Da solltet ihr bei Ahnung haben. Habe ich jetzt hier auch nicht getestet, weil das würde das Ganze halt einfach viel zu breit fächern. Und ihr seht schon, da kann man nochmal Sichtfeld einstellen, wenn ihr das denn möchtet. Und Farben und so weiter. Also es gibt viele Optionen. Muss man nicht alles einstellen. Kann man natürlich, falls ihr da gewillt seid. Und Sprachsteuern kann man auch anmachen, falls ihr das möchtet. Und natürlich die Helligkeit. Die Helligkeit macht natürlich Sinn. Spart nochmal was an Akku. Die Ausrichtung wird hier natürlich auch eingestellt. Allerdings muss man dazu sagen, wenn ihr jetzt zum Beispiel das Ganze umdreht. Zum Beispiel mit dem Clips, den ihr an die Brust machen könnt. Also mit diesem Schlüsselanhänger, so nenne ich es jetzt mal. Und das Ganze anklipst und verkehrt, das ist dann verkehrt rum an eurer Brust. Dann nimmt er trotzdem richtig rum auf. Also müsst ihr euch keine Gedanken machen. Ja, viel erklärt. Ich merke schon hier 5 Minuten. Ich hoffe, es war nicht zu viel. Denn das Video wird auf jeden Fall den Rahmen sprengen, vor allem mit den Aufnahmen, die ich euch jetzt zeige. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß und wir sehen uns dann am Ende nochmal. Ich zeige euch jetzt einmal, wie man das Ganze auf dem Smartphone verbindet. Ich hoffe, dass hier mit der Bildauflösung und so weiter passt. Wird auf dem PC ein bisschen blöd aussehen. Ich werde es bestmöglich versuchen einzubinden. Ich klicke jetzt hier einmal auf Gerät und dann kann ich das Ganze verbinden. Jetzt seht ihr, das Gerät wird angezeigt und dann verbinde ich einmal. Dauert ein bisschen. Er zeigt jetzt zwar nochmal Verbinden an, aber wartet dann ein Momentchen und dann verbindet er auch. So. Die Auflösung ist jetzt ein bisschen anders. Natürlich dreht er das Bild jetzt nochmal. Ich habe es für euch jetzt auch nochmal gedreht. Und ihr seht hier schon die Game Rock. Also für alle von der Zweirad-Ecke. Das ist meine Grafikkarte vom PC. Beziehungsweise mein kompletter PC. Können wir nochmal einen Blick reinwerfen. Seht auch mal, wie das Bild im Dunkeln aussieht. Und er streamt gerade das Ganze. Ich könnte jetzt auch hier rüber, wenn ich, ich klicke zum Beispiel jetzt hier mal drauf. Ihr habt es gehört, es piept und die Kamera startet die Aufnahme. Ich kann euch aber auch schon mal sagen, wenn derjenige, der vor euch fährt, wenn ihr zum Beispiel zu zweit fahrt, einer fährt mit dem Auto. Beziehungsweise der Beifahrer sitzt hinten mit dem Handy und will das Ganze aufzeichnen. Beziehungsweise will das Ganze managen. Dann seid euch sicher, wenn er 10 Meter weg ist, dann bricht die Verbindung ab. Also von daher ist es nicht dafür geeignet. Aber um das Ganze jetzt zum Beispiel auf irgendeiner Messe, zum Beispiel jetzt die Nexi Gamescom, die startet auf einer Motorradmesse, wo auch immer. Dann kann man das Ganze auf jeden Fall schon so managen, wenn man das denn möchte. Und die Kamera gerade irgendwo fest ist, wo man nicht direkt aufs Display schauen kann. Hier könnte man dann auch den Zoom einstellen. Zeige ich euch auch mal. Vierfach Zoom. Ihr seht, dann wird es ein bisschen unscharf. Kann auch wieder weggehen. Gewisse Werte kann man hier auch einstellen, wenn ihr das denn möchtet. Dann könnt ihr die Aufnahme beenden. Ihr könntet auch Live-Steam starten, direkt mit der App und der Kamera. Zeitraffer, Zeitlupe und so weiter und so fort. Ihr seht, hier ist einiges möglich. Und was ihr aber auch könnt, das zeige ich euch jetzt auch mal. Ihr könnt hier auch nochmal einstellen, wie soll der Bildmodus sein. Wenn ihr dann hier auf Album geht, dann könnt ihr auch direkt auf die Fotos und so weiter zugreifen. Ihr seht hier, ich mache mal gerade ein Video an, damit ihr mal seht, wie es ungefähr aussieht. Und dann könnt ihr euch direkt auf dem Handy das Ganze anschauen. Und hier seht ihr dann, quasi komplett aufgelistet. Ihr könnt auch nochmal Favoriten festlegen, indem ihr hier dann einfach das Herz klickt. Dann habt ihr Favoriten, geht unter Favoriten und dann bekommt ihr das Video angezeigt. Könntet ihr auch nochmal übertragen aufs Handy, wenn ihr das denn möchtet. Und ihr könnt auch Sachen direkt editieren, falls ihr die Muße dazu habt. Ich habe die Muße jetzt nicht dazu, hier das auf dem Handy zu machen. Und das soll es gewesen sein für diesen Part. Und jetzt kommen wir direkt zu den Videos in Kombination mit dem Roller. Wie ihr sehen könnt, an meiner Frisur sind ein paar Tage vergangen. Ich hatte schon ein paar Aufnahmen gemacht und auch das Video soweit schon fast fertig. Allerdings möchte ich das Ganze ein bisschen anders gestalten, wie es eigentlich geplant war. Eigentlich wollte ich euch die ganzen Videos hinten dranhängen, beziehungsweise in der Mitte dranhängen. Und dann hättet ihr durchskippen können. Ja, dann wäre das Video viel zu lang geworden, habe ich im Nachhinein entdeckt. Dementsprechend werde ich euch immer ein bisschen was einblenden zu dem, was ich zu sagen habe. Ich denke mal, das ist die sinnvollere Lösung. Ich kann euch aber auch nochmal ein separates Video machen, was ich unten verlinke, wo ihr das Bildmaterial dann seht. Eins vorweg, bevor wir uns die Bildqualität angucken, zeige ich euch mal hier anhand einer Liste, wie die Bitraten so sind. Und da sieht man dann auch schön, dass die Stabilisierungsmodis nicht wirklich was an der Bitrate ausmachen. Es gibt schon einen kleinen Unterschied, aber nicht so groß. Man sieht auch, 4K zu 2,7K, das macht was aus, da kann man was sparen. Außer ihr nehmt 2,7K und 120 FPS, dann seid ihr bei der gleichen Bitrate wie bei 4K 60 FPS. Klar, 4K 120 FPS sieht da nochmal ganz anders aus. Habe ich hier nicht getestet, man kann es bei YouTube sowieso nicht sehen. Deswegen werde ich euch auch die 120 bzw. 240 FPS Videos nicht einblenden, weil ihr es, wie gesagt, nicht sehen könnt. Dann mit 2,7K und 60 FPS kann man ordentlich was einsparen. Ist dann nicht die Hälfte der Bandbreite, wie man vermuten würde, aber dennoch kann man ein bisschen was sparen. Full HD spart einiges, außer ihr habt hier 240 FPS an. Dann seid ihr bei der gleichen Bitrate wie bei 4K oder 2,7K mit 120 FPS. Wenn ihr einsparen wollt, dann könnt ihr auch unter anderem den Energiesparmodus nehmen. Die Bildqualität leidet aber dann, würde ich nicht zu raten, lasst das weg. Außer ihr müsst wirklich hier irgendwie Energie- und Speicherplatz sparen. Dann kann man es natürlich machen. Überhaupt Videomaterial zu haben im Vergleich zu keinem Videomaterial ist natürlich ein großer Unterschied. Dementsprechend könnte ich das hier auf jeden Fall nachvollziehen. Wenn ihr 48 FPS und Full HD wählt, beziehungsweise generell der Unterschied 60 FPS zu 48, spart jetzt auch nicht so krass was ein. Obwohl man sagen muss, man sieht nicht wirklich einen Unterschied. Also man muss schon genau hingucken, um da einen Unterschied zu sehen. Blende ich euch aber nachher auch nochmal kurz ein. Dann 30 FPS Full HD. Ja, wenn man sparen möchte an Datenrate, dann macht das Sinn. Und 25 FPS spart dann auch nochmal was ein. Zu der Videokwalität. 4K sieht auf jeden Fall super aus. Auch die Farben der DJI Osmo Action 2 sehen wirklich sehr gut aus. Mancher könnte es so empfinden, dass die Farben ein bisschen drüber sind. Zumindestens ich empfinde das hier so auf meinem OLED. Aber dennoch finde ich es wirklich schick. Und ich muss es nicht unbedingt farbgetreu haben. Hauptsache es sieht im Nachhinein halt ziemlich gut aus. Das ist meine persönliche Meinung. Ist ja bei Filmen auch so. Da ist ja auch immer alles so ein bisschen drüber. Und sieht nicht aus, wie es in echt aussehen würde oder aussieht, wenn man es aufnimmt. Am besten hat mir übrigens bei 4K dann das Horizon Balancing gefallen. Weil er dann auch die Kurvenfahrten ausgleicht. Also das Bild bleibt gerade, obwohl ich mich in die Kurve lege. Bei Teddy sieht man schon eher, okay, ich lege mich gerade die Kurve. Mich persönlich wird es nicht stören. Aber es ist irgendwie schon schöner, wenn er das Ganze ausbalanciert. Aber man kann das Videomaterial auf jeden Fall noch verwenden. Es ist auch irgendwo eine Geschmackssache, denke ich mir mal. 2,7K macht nicht wirklich einen Unterschied. Also man sieht schon, zum Beispiel wenn ich hier auf meinem 48 Zoll, den ich gerade vor mir stehen habe und der dann nur einen halben Meter weg ist, dass da auf jeden Fall ein Unterschied vorhanden ist. Aber ich kann euch sagen, auf dem Smartphone oder wenn ihr das Ganze auf dem Fernseher anschaut und weiter weg sitzt, dann werdet ihr nicht einen großen Unterschied sehen. Wir sind immerhin noch bei 90.300 Kilobits. Und wenn ihr euch ein 4K-Video zum Beispiel auf Netflix oder so anguckt, ich glaube, da ist die Datenrate bei 30.000. Also noch dreimal höher. Ihr seht schon, das macht was aus, auch wenn eine andere Kompression verwendet wird. Aber schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr wisst, was bei Netflix, Disney Plus und so verwendet wird. Wäre wahrscheinlich für den einen oder anderen interessant, um dann einen Vergleich zu sehen. Ja, hier auf YouTube wird das Ganze natürlich auch runterskaliert und es liegt nicht so an, wie ihr es hochgeladen habt. Sollte auch klar sein. Aber wenn ihr euch das Ganze nur zu Hause privat anschauen wollt, habt ihr da mal einen Vergleich, wie es aussieht. Was bei 2,7K natürlich am besten ist, finde ich, dass wir Horizon Steady haben. Das heißt, wenn ihr euch mal wirklich so richtig in die Kurve legt oder mit einer Drohne fliegt, erhält wirklich den Horizont gerade. Ist ein riesen Vorteil. Beim Motorrad allerdings nicht unbedingt nötig. Ansonsten bei irgendwelchen Aufnahmen, auf Messen zum Beispiel, kann es Sinn machen, wenn ihr die Kamera oben auf so einem Stick habt und dann vielleicht dreht. Werde ich mal testen, mal gucken, wie das Ganze aussieht, wenn ich daran denke, ich hoffe. Und dann werdet ihr das auch in einem Videomaterial demnächst auf Tobis Hardware-Ecke sehen können. 2,7K, 120 FPS, sieht man definitiv einen Unterschied. Allerdings wahrscheinlich hier nicht auf YouTube. Ich blende es trotzdem gerade nochmal kurz ein. YouTube bietet ja so hohe FPS-Raten noch nicht. Dementsprechend kann ich es hier auch nicht widerspiegeln. Ich kann es aber gerne für euch gerne mal hochladen und dann euch den Link unten reinsetzen, falls ihr das denn möchtet. 2,7K, 30 FPS. Ich finde, da sieht man auf jeden Fall einen Unterschied, vor allem wenn man ein Gerät vor sich hat, was 120 Hertz oder mehr kann oder auch 60 Hertz. Aber das können ja sowieso die meisten, würde ich mal behaupten. Oder dass ihr halt bei YouTube nicht ausgewählt habt, dass ihr euch das Ganze mit 60 FPS anschaut. Bei Full HD sieht man auf jeden Fall einen großen Unterschied zu 2,7K und 4K. Es ist deutlich verwaschener. Auch die Ränder ist nicht mehr so glasklar. Man spart gut an Datenrateien, außer man wählt wie gesagt die 240 FPS. Aber die kann ich selbst auf meinem Fernseher nicht erkennen. Also ich erkenne keinen Unterschied zwischen 120 und 240, weil der halt auch nur 120 kann. Und dementsprechend kann ich nicht so viel dazu sagen. Es wird aber schon ein Unterschied sein. Ich würde aber dennoch 120 empfehlen, außer ihr wollt wirklich mehr einzelne Bilder am Ende des Tages haben, vielleicht zum Durchskippen. Allerdings ist es dann halt gut verschwommen und ich sehe es nicht so praxisnah. Aber schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr das anders seht. 120 FPS wieder dasselbe wie bei 2,7K, außer dass das Ganze verschwommener ist dadurch, dass wir halt Full HD anhaben. Dann die 60 FPS machen natürlich hier keinen Unterschied zu 2,7K oder zu 4K. Es ist halt wie gesagt verschwommen. Der Energiesparmodus, na da sieht das Bild schon eine ganze Ecke schlechter aus, finde ich. Und es ist auch deutlich mehr verschwommen. Die Bitrate ist auch um einiges niedriger. Dementsprechend würde ich den wie gesagt auch nur dann wählen, wenn es wirklich notwendig ist. Und ihr nicht mehr genug Speicherplatz habt oder der Akku fast leer ist. Oder ihr wisst, ihr wollt sehr sehr lange filmen. Dann habe ich auch nochmal die 48 FPS getestet mit Full HD. Macht nicht so einen Riesenunterschied aus, finde ich. Zu 60 kann man auf jeden Fall zugreifen, aber man spart halt nicht so viel Speicherplatz ein. Und dann würde ich dann doch eher die 60 nehmen. Außer ihr habt irgendein Gerät, was nicht so wirklich damit klarkommt, wo auch immer. Da kann man schon dazu greifen. 30 FPS hat man ja schon mal bei dem 2,7K eben. Kann man machen, würde ich jetzt persönlich für mich nicht wählen. Aber die Bitrate ist deutlich niedriger, auch niedriger als 60 FPS und der Energiesparmodus. Das Bild ist dann allerdings nicht so verschwommen, meiner Meinung nach. 25 FPS, ja, kann man auch machen, wenn man dann wirklich sparen will an Datenrate. Man hat ja auch nochmal die Möglichkeit, den Energiesparmodus mit 25 FPS zu wählen. Habe ich jetzt hier nicht getestet, weil es für mich keinen Sinn macht. Ich kann es euch aber gerne nochmal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wissen wollt, wie dann die Qualität ist. Aber ich würde es mir persönlich dann nicht mehr so gerne anschauen. Außer auf diesem kleinen Display, da sieht man die Unterschiede nicht so wirklich, wie ihr sicherlich euch denken könnt. Das war es zu den Unterschieden der Bildqualität und jetzt würde ich sagen, kommen wir zum Fazit. Kommen wir zu meinem Fazit zur Osmo Action 2. Also mir gefällt am besten der 2,7K-Modus mit 60 FPS und Horizon Steady. Alleine, weil man in Kurven halt wirklich ein stabileres Bild hat, falls man sich doch mal mehr neigt. Man muss dazu sagen, Horizon Balancing wird wahrscheinlich auch den meisten ausreichen, vor allem für das Motorrad oder für den Roller. Da das Ganze bis zu 45 Grad den Horizont hält und wer sich mehr in die Kurve legt, der kann dann zum Horizon Steady greifen. Ansonsten kann man auch ein 4K aufnehmen und 60 FPS mit Horizon Balancing. Das wird auch für die meisten Motorradfahrer auf jeden Fall ausreichend sein. Wer mit weniger als 45 Grad in die Kurve geht, der werfe den ersten Stein. Würde mich mal interessieren. Mit dem Roller ist es, naja, schon mutig würde ich mal behaupten. Motorrad wahrscheinlich schon eher möglich. Ich habe es nicht erreicht in meinen Tests, aber gut. Zum Thema Rauschen. Ja, es war ja schon etwas später, als ich die Aufnahmen gemacht habe, so 18 Uhr rum. Im August war ein leichtes Rauschen da. Unter anderem war es auch bewölkt. Aber nichtsdestotrotz gefällt mir das Bild wirklich sehr gut. Auch die Farben, alles top. Man kann auch alles erkennen. Über 60 FPS kann man machen. Ist das Ganze auch noch schöner anzusehen. Also bei 120 FPS zum Beispiel bei 4K. Allerdings habt ihr dann nur Rocksteady und der Horizont wird nicht mal ausgeglichen. Würde mich jetzt aber auch nicht großartig stören, wenn ich mir irgendwelche Aufnahmen von Motorrädern anschaue, wie sie da rumfahren und in Kurven reinbrettern. Allerdings ist eines der großen Probleme, dass zum Beispiel bei YouTube 120 FPS aktuell nicht möglich sind. Und dementsprechend kann man es nicht so wiedergeben, wie ich es auf der Rohaufnahme habe. Von daher macht es für mich persönlich keinen Sinn. Dann nehme ich lieber Horizon Balancing oder Horizon Steady in 4K, 60 FPS oder 2,7K. Um einfach nochmal ein bisschen Daten zu sparen. Und die Aufnahmen gehen auch länger, obwohl ich nicht so lange Aufnahmen brauche. Aber wenn einer von euch lange Aufnahmen braucht, dann sind die 2,7K da schon etwas besser. Da hält die Speicherkarte was länger durch. Und man muss auch sagen, so groß ist der Unterschied nicht. Vor allem hier bei YouTube wird das Ganze ja nochmal ein bisschen runtergerendert. Das heißt, diese 2,7K Rohmaterial, die ich da habe, sind sehr ähnlich zu den 4K, die ich mir auf YouTube anschaue. Aber ich bin da sehr gespannt auf eure Meinung. Ist ja alles ein bisschen subjektiv. Je nach Modus habt ihr natürlich eine andere Verzerrung. Da die Kamera ein bisschen Bild einspart, natürlich die Pixel müssen ja irgendwo herkommen, womit er den Horizont ausgleicht. Sollte natürlich klar sein, dementsprechend kann man auch bei 4K und 120 FPS hier kein Ryzen Balancing oder Ryzen Steady nehmen. Falls sich einer wundert, warum das nicht geht. Und ja, mir gefällt die Kamera wirklich sehr, sehr gut. Ich bin froh, dass ich sie mir gekauft habe. Bisher sehr zufrieden damit. Einzige Manko, würde ich jetzt mal sagen, ist, dass wir bei dem Kameramodul selbst keine SD-Karte einbauen können. Und der Akku nicht so lange hält. Also in der Kombination hält das Ganze ein bisschen länger. Und ich hätte meinen USB-Typ C-Anschluss direkt an der Kamera gewinnt, weil so ladet ihr im Prinzip immer das Modul unten auf. Also das Display-Modul oder Akku-Modul, je nachdem was ihr wählt. Und das lädt dann im Prinzip die Kamera auf. Das heißt, ihr ladet den Akku einmal voll. Das ist ein Ladezyklus ja im Prinzip. Und dann wird er wieder entladen, um die Kamera zu laden. Also das ist ein bisschen Quatsch. Ich wollte gerade schon was anderes sagen. Aber das lasse ich mal, bevor hier das Video nachher nicht in den Algorithmus reinkommt, weil ich so böse Wörter sage. Aber gut, vielleicht kommt das beim nächsten Modell, beim Nachfolger. Aber argumentiert wird das von DJI damit, dass sie hier das Ganze auch wasserdicht halten wollen. Dann wäre es cool gewesen, wenn sie ein zweites Modell hätten. Zum Beispiel für Drohnen, Motorräder, wie auch immer. Ich denke, die Motorradfahrer und auch die Drohnenflieger werden hier nicht das Ganze im Einsatz bringen, wenn es schüttet wie aus Eimern. Aber ihr könnt mir gerne das Gegenteil beweisen. Ich sehe es auf jeden Fall so. Das sind auch nur kleine Kritikpunkte. Generell kann man das Ganze benutzen. Und ich werde euch auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, wenn eins der beiden Dinge mal den Geist aufgibt. Das heißt, entweder das Kameramodul oder das Akku-Displaymodul. Ich bin mal gespannt, wie lange das Ganze hält. Ich werde die Kamera unter anderem auch für die Gamescom benutzen oder für andere messen. Mal gucken, wie sie sich da so schlägt. Ich habe sie so auch schon im Alltag benutzt. Ich blende euch am Ende des Videos nochmal einen Clip ein, wo ich da mit Kart gefahren bin und das Ganze so vorne in die Brust geschnallt habe. Da seht ihr mal, wie das Ganze aussieht, wenn es etwas dunkler ist. Das sollte es jetzt auch gewesen sein. Das Video ist ja lang genug geworden. Ich hoffe, ihr seid bis zum Ende mit drangeblieben. Wenn ja, schreibt mal Plus Eins rein, damit ich auch weiß, okay, ihr habt es bis zum Ende geschaut. Bis zum nächsten Mal. Vergesst das Abo nicht. Euer Tobi. Ciao, ciao. Das ist toll. Das ist toll.